Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, immer als angeschlossen, anzunehmen bei Unteroffizier Bawum in Danorok. An dieser Stelle. Falls eine Vorquest nötig sein sollte, dann kann es die Quest sein Ergavamsee. Ich glaube aber die Quest gibt es auch so. Wir sollen gefrorene Gebirgssäger befreien. Natürlich. Gegner sind auch im Weg. Und schaut mal, hier sind diese Eisblöcke. Die könnt ihr einfach als Feind anklicken und bekämpfen. Eins von sechs. Da habe ich zwei von sechs. Ja, ich bekämpfe auch die Feinde. Dann kann ich ein paar Gebirgssäger nacheinander befreien. Drei von sechs. Vier von sechs. Und dann bin ich gleich fertig. Das Ganze ging noch ziemlich flott. Bin ich mit irgendetwas im Kampf? Jetzt. Ziemlich einfach gehaltene Quest. Finde ich sehr gut. Quest ist abzugeben bei Unteroffizier Bawum. In Danorok. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.